Meditation Seit vielen Jahren ist mir Meditation ein treuer Begleiter. Täglich arbeite ich mir Momente, in denen ich bewusst innehalte und wahrnehme, mich selbst spüre, mir bewusst bin, dass wenn ich einatme, dass ich einatme, dass wenn ich ausatme, ausatme. Jeder Atemzug ist ein Annehmen und ein Füllen, aber auch ein Loslassen und ein Leeren. Man darf etwas empfangen, aber muss es wieder lagern lassen. Denn wenn man es behalten will, ist man gefüllt und hat keinen Platz mehr für Neues. Zudem wissen wir alle, dass wenn man die Luft anhaltet, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo alles angespannt wird im Körper und der Druck so gross wird, dass wir die Luft wieder lagern lassen müssen. Und das Loslassen ist dann sehr befreiend. Meditation ist ein Beobachten. Ein Beobachten der inneren Abläufe, ohne in das Geschehen einzugreifen. Man sitzt sozusagen auf der Tribüne bei einem Fussballspiel und schaut zu, aber spielt selber nicht mit. Heisst, man hat einen gewissen Abstand zu dem, was sich zeigt. Wenn man die Augen schliesst und so in sich geht, ist es ganz normal, dass immer wieder Gedanken kommen. Es geht nicht darum, die Gedankenwellen anzuhalten. Mehr darum, nicht in das Gedankenkarussell einzusteigen. Gedanken erzeugen Emotionen. Emotionen erzeugen Gedanken. Alles hängt zusammen. Die Schwierigkeit liegt wohl da drin, sich von dem ganzen Niedel ab einflossen zu lassen, sondern tief in sich in Ruhe und Stabilität zu entdecken. Sozusagen nicht oben bei den Wellen mitschwimmen, die den Sturm verursacht, sondern tief unten auf dem Grund zu sein. Also sich selber auf den Grund zu gehen, sich zu ergründen, zu erforschen. Was ist dahinter im Vorhang? Und wie kann mir das helfen, im Leben mehr Gelassenheit und Zufriedenheit zu bekommen? Auch bei mir gibt es ab und zu turbulente Phasen. Wenn vieles drunter und drüber geht. Wenn unerwartet etwas passiert, was an einem emotional aufwühlt. In solchen Momenten hat mir Meditation immer wieder sehr gute Dienste erwiesen. Einen Moment Abstand zu nehmen, sich eine Auszeit zu schaffen. Und meistens ist es dann so, dass ich nachher einfach wieder ein besseres Gefühl in mir habe, die Situation anders sehe und mir neue Möglichkeiten in den Sinn kommen. Es braucht für das auch nicht lange. Ein paar Minuten bewusst atmen und alles andere draussen lassen, bringt schon viel. Natürlich ist Meditation auch etwas, das man üben muss. Aber mach dir nicht den Druck, dich mit anderen zu messen und zu vergleichen. Meditation soll etwas sein, was ganz für dich ist. Was du nur für dich machst. Was du in eine tiefe Beziehung mit dir selber gehst. Der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Wer ist der Mensch, den du findest, wow, für den würde ich alles machen? Wer steht dir am nächsten? Ist jemand im Kopf? Für mich bin ich selber der wichtigste Mensch in meinem Leben. Denn mit mir verbringe ich am meisten Zeit. Also ist es wichtig, dass ich gut zu mir schaue. Wie gut bist du zu dir? Oft hat man eine ganz schlechte und strenge Beziehung zu sich selber. Das gefällt mir nicht an mir. Und das auch nicht. Wieso kann ich nicht anders sein? Und so weiter. Kennst du das? Mit uns selber gehen wir manchmal so hart um, wie sonst mit niemandem. Zum Beispiel, wenn du einen Gast bei dir zu Hause hast und ihm etwas auf den Boden fällt, sagst du gerade, ah, macht nichts, schon gut, halb so schlimm. Aber wenn dir selber etwas auf den Boden fällt oder ein Missgeschick passiert, denkst du wahrscheinlich gerade, ah, ich gebe, ich bin so blöd. Ist das ein liebevoller Umgang mit dem Menschen, der einem am nächsten steht? Wohl eher weniger. Leider sind wir es uns gewöhnt, uns selber zu verurteilen für alles, was wir nicht können und nicht arbeiten. Wie oft loben wir uns selber für etwas, was uns gelungen ist? Für das, was wir gut können? Jeder Mensch hier ausser leistet jeden Tag so viele Sachen, wo man doch sagen könnte, hey, das hast du gut gemacht. Also wieso nicht zu sich selber sagen, hey, das habe ich jetzt wirklich gut gemacht? Und seien es auch nur alltägliche Sachen, Routinearbeiten, am Anfang waren Routinearbeiten vielleicht auch noch schwer und holprig. Und jetzt macht man es auch so. Ein bisschen wie beim Autofahren. Erinnere dich an deine erste Fahrstunde. Die war sicher sehr amüsant, aber mit dem Üben ist es immer besser gegangen, und mit der Zeit fährt man einfach die Uni, auf Details zu achten, wie man das Auto bedient. Hey, gut gemacht! Und so gibt es noch ganz viele andere Sachen, wo man sich loben kann. Du kannst zum Beispiel am Abend vor dem Schlafen den Tag noch einmal durchgehen und dich selber auf die Schulter klopfen für all das, was du geschafft hast. Und wenn etwas nicht so geklappt hat, dann ist das ja auch nicht so schlimm, weil du weisst, dass es beim nächsten Mal besser wird gelingen. Das bringt dir mehr Selbstvertrauen und stärkt die positive Beziehung zu dir selber. Freue dich über das, was du gut kannst. Und auch noch gut zu wissen, der Weg zum Experten in einem Gebiet führt meistens durch viele Fehler und Missgeschick. Von daher kann man sagen, hey, wieder ein Fehler gemacht und wieder ein Problem. Super! Und jetzt suche ich die Lösung dafür. Bleib nur 10% beim Problem und konzentriere dich 90% auf die Lösung. Das bringt dich weiter. Du kannst dir zum Beispiel auch ein Erfolgsjournal zulegen. Nimm dir ein Bücher und schreibe jeden Abend mindestens 5 Sachen rein, die du an diesem Tag gut gemacht hast und die erfolgreich waren. Das können auch ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel, dass du morgen aufgestanden bist. Gratuliere! Am nächsten Tag lese du das vom Vortag noch einmal durch und auf einmal hast du ein ganzes Bücher voller Erfolg und voller positiver Energie. Dort drin steht nur Gutes über dich. Macht dir das Mut? Jeder hat mal schwierige Phasen im Leben, die einen sehr fordern oder wo man emotional immer tief ist. Dann ist es wichtig, dass man sich selber nicht aufgibt und immer wieder ins Leichtere und Freudige kommen kann. Aber auch die Emotionen, die schwer zertragen sind, nicht einfach von sich wegschieben. Heisst, wenn etwas in einem raufkommt, wie Hass, Ärger, Trauer, Verlustangst usw., in die Energie hineinspüren, ohne zu bewerten. Es ist ein Teil von dir und will sich die Hör verschaffen. Wenn man immer wieder den Deckel drauf tut, sammelt sich alles an und irgendwann öffnet sich die Büchse der Pandora und man weiss nicht, was da alles rauskommt. Ein Baby oder ein Kleinkind tut noch nicht mit Gedanken das, was es fühlt, eindämmen oder weiter aufheizen. Es fühlt es einfach gerade in diesem Moment. Dann kann es sein, dass es drei Minuten vollbrüllen, aber nachher wieder lachen und Freude empfinden kann. Eine Methode, die einen immer wieder aus der Negativspirale herausbringen kann, ist Dankbarkeit und Wertschätzung. Und ich meine da nicht nur den Gedanken haben, dass man dankbar ist, sondern dass sich im Körper ein spürbares Gefühl dafür entwickelt. Einen Moment innehalten, ins Jetzt kommen, wahrnehmen. Geräuschwahrnehmen rundherum, die Luft wahrnehmen auf der Haut und dankbar sein, dass man das spüren kann. Dankbar sein für den Herzschlag, für die Gesundheit, für all das, was gut ist und funktioniert. Dankbar fürs Essen, das du gehabt hast, für die Wohnung und die Wärme dort drin, dass du nicht freuern musst. Dankbar für den lieben Menschen, der dich begleitet und unterstützt. Sitze einen Moment hin und schliess deine Augen. Lege eine Hand auf deine Brust und fühle das dankbare Gefühl. Wenn du an einen schönen Moment denkst, den du mit einem lieben Menschen gehabt hast, dann zeigt sich automatisch auch ein gutes Gefühl in dir. Das Gefühl hast du dir selbst gerade erschaffen. Schön. Es gibt immer etwas, wo man dankbar sein kann. Vieles ist aber so alltäglich und normal geworden, dass man immer noch etwas Größeres und Spektakuläreres haben muss, um Dankbarkeit und Freude zu empfinden. Du kannst ein Haus gebaut haben und immer wieder daran rumnörgeln, dass man die Wanne noch anders streichen konnte, dass der Ausblick aus dem Fenster doch nicht so gut ist und dass eine andere Badewanne doch besser gepasst hätte für das Badezimmer. Und so hinkt man der Freude bzw. dem Glück immer hinten an. Immer wenn du sagst, dass es nicht reicht, dass du noch mehr brauchst, gehst du in einen Mangelzustand. Du trainierst negative Verhältnisse zu dir selber. Du übst eine Kritik an dir selber aus und vergleichst dich mit anderen. Die hat mehr. Der hat mehr Geld. Die hat einen wundervollen Partner. Wieso ich nicht? Was ist falsch an mir? Was mache ich falsch? Kennst du das? Wie fühlt sich das Gefühl an? Was passiert in so einem Moment mit dir? Und vor allem, wer genau tut dir das jetzt an? Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Es sind nicht die anderen, die dir schlechte Gefühle geben. Du schaffst es dir selber, in dir drin mit deinem Denken. Und fühlt sich das kräftig und stark an? Geht dir das Energie und Tatkraft? Oder blockiert und zieht dich das runter? Es ist nichts Schlimmes daran, wenn man in so einen Zustand kommt. Schlimmer ist wohl, wenn man drin bleibt und wartet, bis einer einem ein Seil zurührt, damit man wieder aus dem Loch rauskriegen kann. Erkenn, dass du selber etwas dafür machen musst, damit du aus dem Loch rauskommst. Probier aufzuklettern. Ruf um Hilfe und Unterstützung. Übernimm die Verantwortung. Das Mangeldenken erschafft noch mehr Mangel. Das Hässige sein über andere, die mehr haben, bringt genau weiterhin den Zustand von zu wenig zu haben. Du gibst deinem Unterbewusstsein die Erklärung, dass es z.B. schlecht ist, wenn man viel Geld hat. Dadurch wird es nicht besser. Raff dich auf. Komm aus der Bequemlichkeit raus. Gib dem inneren Schweinehund keine Chance und bring dich Schritt für Schritt an dein Ziel. Geh durch diese Angst durch. Lass dich nicht von ihr beherrschen. Und jedes Mal, wenn du das machst, bekommst du mehr Selbstvertrauen und Kraft. Dann bringst du die Lokis Rollen. Und wenn sie mal Fahrt aufgenommen hat, kann man sie nicht mehr stoppen. Vielleicht wirst du ab und zu noch gegen den Wind spüren, aber du weisst, dass du den Wind wieder drehen kannst und ihn für dich nutzen kannst. Du kannst auch statt über andere zu wettern, die z.B. viel Geld haben, sagen, Hey, super, der hat viel Geld. Das erschaffe ich mir jetzt auch. Und gehst dir nicht das Gefühl, viel Geld zu haben. Fühl sie dir. Oder du kannst auch Kontakt mit dieser Person aufnehmen und fragen, wie er oder sie zu so einem Reichtum gekommen ist. Also lehre lieber etwas von denen, die das schon haben, was du dir wünschst, statt sie zu verurteilen und neidisch zu sein. Das ist der Weg Richtung Fülle. Aufgeben vom Widerstand. Es darf sein. Wenn man nicht in Widerstand geht, geht man nicht in den Kampf. So gibt es auch keinen Stress. In den Körperintelligenzübungen, die ich vermittle, spürt man das eins zu eins. In dem Moment, wo man den Widerstand aufgibt und annimmt, wie die Situation gerade ist, verändert sich die Situation. Den körperlichen oder emotionalen Schmerz kann man mit einem Kind vergleichen, das am Brüllen ist. Was macht man mit einem Kind, das am Brüllen ist? Man nimmt seinen Arm und tröstet es. Ist für das Kind da. Im Normalfall gibt es natürlich auch das, dass man dem Kind sagt, bis endlich ruhig. Hör auf Brüllen, das macht man nicht. Und so haben wir gelernt, unsere Emotionen zu unterdrücken und uns reinzufressen. Weil es gehört, sich nicht verletzlich zu sein und sich schwach zu zeigen. Auch da geht es wieder darum, zuerst mal sich selber gerne zu haben. Natürlich, zuerst geht man oft in eine Abwehrhaltung gegenüber dem Schmerz. Das ist ganz normal. Das tut ja auch weh. Und wir wollen ja eigentlich alle Schmerzen haben. Und doch kann man nicht verneinen, dass der Schmerz zu einem selber gehört. Und man ihn also in sich oder an sich spürt. Du kannst mal versuchen, den Schmerz zu umarmen, ihn zu lieben, in ihn reinzufühlen und reinzuatmen. Also gerade das Umgekehrte von dem, was man normal macht. Ich kann nicht garantieren, dass er dann weggeht. Vielleicht wird es am Anfang sogar noch mehr wehtun, weil du den Schmerz zulässt und nicht unterdrückst. Aber das Zulassen gibt den Kampf gegen den Schmerz auf. Also auch gegen dich selber. Und das kann sehr heilend sein. In jedem Moment des Lebens hast du die Möglichkeit, zu entscheiden, wie du mit äusserem Einfluss umgehst. Gehst du mit Hass, Aggression und Wut dagegen? Oder bleibst du stabil in dir? Ganz in deiner Klassenheit, Klarheit und Selbstsicherheit? Was fühlt sich besser an? Ich weiss, es braucht Zeit und Arbeit, um den Zustand zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Und kaum denkt man, jetzt habe ich es geschafft, kannst du das nächste Ereignis auf dem einen aus den Socken halten. Aber hey, das ist okay. Alles ist in stetiger Veränderung. Und was im Aussen passiert, hilft uns, uns selber besser kennen zu lernen und zu unserem Kern vorzudringen. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir von Herzen eine Ausgabe.